Der hatte an sich gearbeitet und hat dann einfach aufgezeigt, auch im Training. Und dann war das, wie ich eben beschrieben habe, auch der Moment, ihn reinzuwerfen und zu schauen, wie stabil ist er auf dem Niveau. Seinen Laufstil kann er verbessern, weil wir haben das Tor gegen Union analysiert. Das war sein Oberkörper. Aber wenn er ein bisschen mehr Usain Bolt gemacht hätte, hätte er das Tor gezählt. Aber naja, Romano ist so einer dieser Typen, wie ich beschrieben habe, die man im Laufe der Saison kennenlernen muss. Er hatte eine sehr, sehr gute erste Woche hier in der Vorbereitung, wo er wirklich aufgetrumpft hat, hatte in Österreich in der letzten Saison in der Nach-Corona-Zeit alles durchgespielt. Wirklich alle drei Tage 90 Minuten gespielt. Er hatte dann eine relativ kurze Pause, hat dann am Anfang der Vorbereitung aufgetrumpft, ist danach in ein richtiges Loch gefallen. Also ich glaube, das habt ihr ja auch alle gesehen in den Testspielen dann und auch die Trainingsanleihen, die er beobachtet hat. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, da war es dann sehr unauffällig. Dann haben wir viel miteinander gesprochen natürlich. Wir haben versucht, ihn im Training immer wieder dazu zu bringen, gewisse Verhaltensmuster besser an den Takt zu legen. Dazu zählt explizit nicht das Defensivverhalten, was sehr gut ist bei ihm schon immer war, sondern vor allen Dingen auch das Thema, wie ordne ich mich dem Gegenspieler nicht zu, wie komme ich in den freien Raum, wann laufe ich tief an, wie bin ich stabiler mit Ball, wie treffe ich die richtigen Entscheidungen. Da hat er an sich gearbeitet und hat dann einfach aufgezeigt, auch im Training. Und dann war das, wie ich eben beschrieben habe, auch der Moment, ihn reinzuwerfen und zu schauen, wie stabil ist er auf dem Niveau. Und da muss ich sagen, hat er mich beeindruckt, er ist in der Lage, über eine sehr lange Zeit im Spiel seine taktische Aufgabe zu erfüllen. Umso länger das Spiel kommt, schafft er auch mal eigene Entscheidungen zu treffen. Er hat jetzt auch gegen Union nicht gut gespielt, weil er sich zu sehr dem Mann zugeordnet hat, da wenig eins gegen eins gewonnen hat. Aber grundsätzlich erwarte ich mir von ihm schon, dass er eine gewisse Torgefahr ausstrahlt. Er hat eine gewisse Geschwindigkeit, auch in die Tiefe, sucht gerne tiefe Läufe, ist dabei sehr gut im Gegenpressing und im Spiel gegen den Ball. Und was besser werden muss, ist sein Entscheidungsverhalten im Zwischenraum und seine Stabilität mit Rücken zum Tor. Das sind schon Themen, die ich bei ihm noch sehe. Er ist einer von denen, die auf dem Sprung sind, die in manchen Spielen uns schon wirklich einen Impuls geben können, in manchen Spielen dann halt auch mitspielen. Aber wir müssen die Waage deutlich mehr hinbringen, dass er uns die Impulse gibt. Und er arbeitet an sich, ist ein sehr ehrgeiziger, sehr guter Junge. Und wir werden diesen Weg gemeinsam weitergehen. laws México videos. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.